Hey Pixel! Ich gebe das Pixel weiter an die Person mit dem größten C. Ich gebe mein Pixel weiter an die Person, die gerne Bananen isst. Ich gebe mein Pixel weiter an diejenige, die längsten Beine hat. Ich gebe das Pixel weiter an die beste Tänzerin im Team. Ich gebe das Pixel weiter an die Person, die ihren Pferdespann zieht auf dem Kopf hat. Ich gebe mein Pixel weiter an... Schau, kann ich das Pixel auch mal haben? Nee, nee, das ist jetzt mein Pixel. Ich gebe mein Pixel weiter an die Person mit dem größten C.